Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Heute machen wir ein außergewöhnliches Gericht, also gebratenen Garnelen mit Longjin Grün-Tee-Soße. Dabei verwenden wir kaum Gewürze. Na dann los! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Flutzen Untertitelung des ZDF, 2020 Longjing auf chinesisch bedeutet Drachenbohnen, ist eben der Name eines Dorfs, wo der Tee ursprünglich angebaut war. Dieser grüne Tee hat einen leicht süßen Geschmack. Mit Garnelen zusammen verwöhnt den Geschmackssinn. Danke fürs Zuschauen, bis bald!